Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Rocket League, wieder dabei, der Micha. Ja, servus, wie er einfach die Macht wieder an sich reißt, nur weil wir jetzt gerade in seinem TeamSpeak-Server hier aufnehmen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht eine Ansage machen, aber nein, der gute Kevin! Richtig so. Der Junior-Chef macht mal kurz die Ansage hier. Ja, dann macht es. Gut, ich habe jetzt mein Auto gewechselt gegenüber der letzten Aufnahme, habe den jetzt mal ausgesucht hier. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Wie immer Chaos 4 gegen 4 und Region Europa. Europe, sehr schön. Wenn ihr übrigens mal tatsächlich Lust habt, mit uns oder gegen uns zu spielen, schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann können wir mit Sicherheit irgendwas mal in die Wege leiten. Würde uns übrigens auch sehr freuen, mit euch mal oder gegen euch zu spielen. Das ist echt cool, auf jeden Fall mal so Community-Folgen machen wir auch öfters mal. So haben wir schon die ein oder andere Leute auch kennengelernt. Richtig, so wie bei dem guten Martin alias, wie heißt er nochmal? Show Me Homey, der spielt gelegentlich auch mit uns mit. Dann hatten wir schon, als wir bei Twitch gestreamt haben, haben wir auch schon gegen Leute gespielt. Das war eigentlich auch sehr interessant. Müsst ihr mal bei Twitch drauf schauen. Ja, falls wir dann mal wieder senden, da er drüber war. Ja, ich habe auch mal wieder. Leckt schon wieder? Leckt schon, ja. Aber jetzt läuft es bitte. Ach, schade, der hat ja noch rausgeholt. Der war durchbarmiert. Hat der rausgeholt? Ne, der war Latte oben. Da war der Latte? Da war Latte. Das ist der zu dicht an uns dran. Aua, ich bin über den Ball geguckt. So, ich bin über den Ball gefutscht. So. Boah, jetzt irgendwie ist der Fett. Ja, da sind gerade drei raus oder so oder vier. Ich denke, die ganze Team bei denen ist raus. Oder unseres. Ja, ich denke, die Profis sind zurück. Dann gehen wir mal wieder. Verdammt, die schon wieder. Schnell raus. Aua. Wir haben noch keinen Gegentor gespielt, ne? Richtig. Bezeit. Was wird Zeit? Nein. Pfeilrückzieher, sehr schön. Ich weiß zwar nicht, wie ich den gerade hingekriegt habe, aber so. Ach, shit. Nein, Kevin. Den habe ich an der falschen Seite das Auto bekommen. Ich habe voll dich angespielt in Richtung unseres Stor. Boah, alter. Der, oh, boah. Okay, den habe ich drin gesehen, aber okay, dann. Der war auf der Linie. Der war auf der Linie. Boah, lass mich zerreißen. Nein. Die sind echt hart, eigentlich. Das ist krass. Aber. Shit, wo kam der her? Falsch damit. Der stand ja voll im Weg. Gerade auszusehen ist falscher Auto reingefahren. Ach, der eine ist Köln-Fan. Echt, wieso? Der Marcel Risse. Ja, ja, das ist ein Spieler vom FC. Achso. Also, so würde ich bei deinem Accounts jetzt gerade mal irgendwie... Würde ich mir das jetzt gerade mal so... Jetzt spielst du den in die falsche Richtung. Hm? Du spielst den in die falsche Richtung. Ach, scheiße, stimmt. Wir müssen aufs blaue Tor, ne? Ich gehe die ganze Zeit auf so Racken durch, dann fühl ich mir hier. Ja, ja. Scheiße. Ich dachte, da wär's so schön gekommen, wenn man kommt zum Mitspieler und der rammt alle... Scheiße. Ja, das war gerade böse, böse Denkler von mir. Ja, okay. Stimmt, okay. Gut. Bisschen gelb. Wir müssen aufs blaue. Ja. Verräter. Das stimmt, ja. So, jetzt macht's der Rottor, ja? Hoffe ich mal. Ja, da hat er keinen Erskontakt. Weil der Micha wieder so schnell war. Ah, nee. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir sind wieder zu dicht in unserem Tor dran. Weg. Sehr schön. Aua. Durch. Ach, schade. Nicht ganz. Da hab ich irgendwie kaputt gefahren. Ach, schade. Dapp. Ach, schade. Klapp an mir vorbei. Aaaaah. Das ist aber auch eng in die Tat, was wir hier spielen. Hm. Ah, nicht hin und zertuch, nicht hin und zertuch. Kevin! Boah. Ach, scheiße. So, falsche. Ich glaube, der wäre trotzdem reingegangen. Nein, ich wollte ihn vielleicht gerade mal abfangen. Tut mir leid. Guck mal, wie dicht ich an dem... Da kam der und rammt ihn rein. Ich muss mal wieder eine Umfrage machen, ob man einen neuen Spiel aufnehmen würde. Erst Kontakt. Ja. Ja, aber auch nicht. Der will das noch raus haben. Wie macht's? Ja, doch. Das hat keinen Sinn mehr. Heute ist irgendwie... ...nett so mein Tag. Oben? Ja. Gerade irgendwie, ja. Ich glaube, du musst mal wieder in die fette Kuh. Ja. Lätst du mich ein? Ja, wenn ich oben bin, ja. Ja, ich... Gern mal. Wasser eben schon fast in der Regel. Naja, fast. Gern mal. Wenn ich mal oben bin, lade ich dich ein. Juhu. Jetzt drei Tore. Zack, zack, zack. Juhu. Ja, das wär jetzt weg. Der erste? Pass. Jetzt müssen wir die Vorbereitung, warte. Jetzt sind wir wieder alle drei bei unserem Kuhmann. Mhm. Na gut, das Schatten wir eh nehmen. Wir gucken, was hier nicht kommt. Mhm. Ne, eigentlich nicht. Oh, 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 oh. Oh nein, schade. Ne, war leider nichts. Schade. Ich bin ein neues Level. Level up. Ich ab. Noch nicht. Ganz knapp. Ich dachte, ich krieg noch einen. Einmalhin doch zwei bester mit 70 Punkten. Immerhin noch als bessere Reste. Aber, naja. Alle haben bestätigt, dann kann es eigentlich losgehen in die nächste Runde. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Boing, der Schub bringt direkt Gewinn Oh, oh, der kommt schon wieder so Ah, nee, der geht fast vorbei Ja, wie ein richtiger Tor, gell? Ja, ja Als das blaue Ja, richtig Aua Ich sehe sie nicht wirklich nach vorne gesetzt Ah, shit Shit, alte Richtung Also nicht ich, der mutter Ball Ah, shit Oh, der springt mich Bei Umschlag Sehr gut Gehen wir kurz auf den Boost mit Dann war auch jetzt zu mich hoch Und dann gehen wir mal wieder vor mit dem Ball Ja Wir haben einen Torwart drin Ich mag das nicht Ah, shit Nein, daneben gesprungen Wieder Mann Boah, Gott sei Dank Nicht spannend Ja Haben wir kurz auf die andere Seite gespielt Mittelfeld Pass Verdammt, jetzt Torwart hat gerade wieder Ingenieur machen Nein Nein Dann habe ich nicht raus da hinten bekommen Ich dachte, ich habe mein Fallrückzeug gerade weggehauen, aber verdammt Verdammt, der Axt Boah schade, der ist schön durch Boah, schade, der ist ja schön durch Alle schön um den Ball rumflanzten, das ist auch sehr toll. Ja. Nein! Verdammt! Wir haben den Robot auch noch. Die Karte ist nicht so gut, oder? Boah, der geht auch schön fest. Oh, 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 boah, ich mag die Bälle nicht, wenn sie so dicht an uns im Torhauberjahr pushen. Scheiße, mit einem Boost. Ja. Jo! Nice. Sehr schön. Schönes Tor. Ah, schön da reingezogen. Da war nichts zu halten für den Power. Zumindest haben wir den Ausgleich 1-1. Jetzt wird es entweder halten oder tatsächlich noch einen reinmachen. Also wieder nicht die. Der geht schön vorbei. Ich habe schon wieder einen Boost weggeschnappt, das zweite Mal jetzt. Dann großen Boost. Ja, ja. Ich mag das auch nicht. Ich mag das auch nicht. Ah toll, da habe ich gerade bekommen und dann zieht mir einer mich weg. Schade, schade. Wäre gut gekommen. Ich habe schon die 17 Sekunden, die dürfen jetzt keinen reinmachen. Ja. Jo, aber wir. Sehr schön, Kevin. Bam! Hätt ich mal einen bekommen. Klappt noch! Zick! Schön drüber gezogen. Der war schön reingeloggt, ja. Ja. So, acht Sekunden noch halten. Mhm. Weg. Halten, nicht bei uns vor das Tor. Mann, Kevin. Ich habe den nur weggehauen. Ich bin irgendwie ein bester Spieler. Juhu! Mit dem einen Tor. Level 22. Sehr schön, ich bin jetzt auch 21. Super, super, super.